Ja, war nicht so geil. Ja, sei ja. Ich weiß es nicht, jetzt wo Pyke genervt ist, ey, scheiße. Ja, aber du brauchst ja keinen Wave Clear. Das war korrekt, ne? Aber irgendwas in der Lane brauch ich ja trotzdem, um durchzukommen ein bisschen, oder? Ist auch korrekt. Ja, aber die Lane haben wir das jetzt mal doch komplett wegsurrendert, oder? Ich spiel Echo. Ah, nicht ganz. Echo? Ich überleg, ob ich Swain gehe. Eigentlich müsste Ayumi richtig clever sein, oder? Na ja, entweder stoppt sie gar nicht, oder sie ist freekill. Ach. So, Ivan, ey. Was haben wir? Zillian? Oh, Zillian würde ich gar nicht sehen in der Match. Ja, der Slang. Äh... Das ist wieder der Varus-Spieler, ne? Ach, das ist der Varus? Bist du dir sicher? Nö, keine Ahnung, aber... Ey, das sind die Namen. Ich gehe für Wladimir Vardyder, glaub ich. Das ist der nicht. Ne, Wladimir, der Mitleider wurde ausgewechselt. Ach so. Das war der Varus-Spieler für ein OTP nochmal. Ich glaube, Varus könnte eigentlich ganz nice sein. Warte, ich guck mal, gerade nochmal. Der hat schon auf ihm für so einen Most Played Champion. Oh! Wladimir, ne? War mein Panin doch. Äh, Wladimir... I'm absolutely living. Weißt gut, du schon mal, Johnny. Danke. Ja, ich... Ja, ich... Mein Geschenk kriegst du morgen 18 Uhr. Geschenk 18 Uhr? Dein Schwanz? Alter! Oh, warte mal, wir machen noch TFD, ne? Oh, sorry. Was denn? Haha, ihr müsst ihn vergessen. Das war radikal, ey. Tim, was das gehört, ey? Jo. Puh. Der kommt aber nicht in euren Club. Mann, oh, Mann, oh, Mann. Was bin ich denn? Oh. Klett? Klett kann ich mir gut vorstellen. Klett ist bestimmt nice. Können wir was anderes erstmal picken? Haben wir was? Fizz ist doch bestimmt auch geil, oder? Wie der hat sich Sinn weggepickt. Kannst du mir LeBlanc geben? LeBlanc, okay. Ich will... Zoe. Zoe's Band. Oh. Dann würde ich nicht spielen. Schade. Gut. Hätten wir es auch geklärt. Denkt mal, keine Freeboots mitzunehmen, ne? Das ist so ein Noob Trap. Na ja. Darf ich Sylas Jungle spielen gegen Lee Sin? Ach du. Klar. Wir sind doch die Boots gar nicht, oder? Na ja. Passt halt wie Romier, oder? Jetzt willst du russchen. Ja. Mordekaiser. Nur was wir da haben. Gib mir einen Blitzcrank. Mordekaiser nicht. Diana. Mal aus der Mordekaiser. Mordekaiser. Das riecht ekesig wahrscheinlich, ja. Wann Rex erst? Ah ne. oder olaf einloggen da kommt der klin bahn obwohl olaf ging die hushit dräven schnell runter rennen und bei z bitte geld verkauft ja olaf viel cool oder fast schon mal ein deathmatch gespielt da bist du auch ziemlich eskaliert was der perfekte zeitspeise ab jetzt hat sie mit der wende halt scheiße genau blitzkrank alistar spielen bestimmt auch lecker essen ist da so nah ja ich muss raus löschung Ich spiel Jumi. Das, das... Attack Speed... Das... Was geh ich, was geh ich? Viertel. Nee. Aber Ekko ist doch auch giga bad. Meinst du? Seid ihr wenn ich wirklich Alistar gehe? Ja, geh Alistar. What du willst? Hör mal. Komm, die Smurf Ultis. Äh, Smurf, warte mal. Wohin wählen wir? Top? Oder stehen wir schon alle wieder im Toplane-Busch und warten auf sie? Aber erst mal schauen, wer es ist, okay? Wenn es halt Mordekaiser Top ist, dann können wir warten auf die Ender, ist der Freaker. So, wieder da. Hallo. Hallo Tim, wie geht's dir Tim? Wohli-Bär? Mir geht's gut. Ja, danke der Nachfrage-Kennel. Danke der Nachfrage-Kennel. Kein Problem, Tim. Was heute noch so schön ist? Äh, GTA-RP. Echt? Ja. Wetter, ich will mitmachen. Komm auf den Server. Bleibst du auf Ignite-Kutscher? Äh, ja. Eigentlich DP. Ja, was willst du haben? Kevkov? Olaf-Filler, glaub ich. Olaf, ja, Olaf. Olaf ist super. Leave nothing behind. The black rose shall bloom. Leave nothing behind. Oh, glaub, du kleine Nudeln. Da kriegen wir hin, oder? Okay. Sag Tim mal bitte, dass Günther ja auch auf ihn wartet. Äh, bin schon dabei. Oh. Gut. Hat man was geklärt? Ja. Aber einen schönen Invade sind wir jetzt trotzdem, oder? Klar. Invade oder direkt irgendwo warten? Der eine mega-Tag. Warte mal, wir sind Redside gewesen, ne? Ja. Wir wollen überrennen. Hm. Hm. Wo wollen wir hin? Ich würd' sagen... Morde-Kaiser, top. Ja? Das ist Freakill. Wollen wir da warten auf den? Der ist so Freakill. Alter, ich werd den zerreißen. Aber du zerreißt den ja auch ohne, dass wir da Level 1 sind, ne? Und dafür geben wir Bot-Lane hart auf. Einser? Gladiator, Draven, Thunderlord, Volibear gegen Blitzcrank und Alistar? Die haben keine Chance, bin ich ehrlich. Dann würd' ich sagen, wir geben Bot-Side Invade, zeigen uns mega früh, wir gehen quasi nur da rein, damit die uns sehen. Dann gehen wir zurück, Recon und stellen uns oben in den Busch. Oder Plan. Nicht zugehört. Dahin. Und zwar Straight Line. Das Windkutscher. Nein, ich sag's wie's ist. Über Bot-Lane, über Bot-Lane. Ich sag's wie's ist. Ihr geht's hier hin und ich jump hier mit meiner E rüber. Hier, hier, hier. Follow me, follow me. Hey, 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 follow me. Wörn' auf Kevin, der hat mal LCS gespielt. Dimmt. Follow me. Nee. Oh shit, hab ich jetzt eben noch ganz ergänzt. Nicht bummeln, bitte. Nicht bummeln, bitte. Wovon ist das nochmal? Harry Potter. Stimmt, genau, weil sie die Treppe da hochgehen, ne? Okay, okay, jetzt hier, Fokus. Auf geht's, Kutschi. Habe ich das da, wer ist im Deathmatch? Ist bestimmt hier. Wir wollen uns heute zeigen. Wir wollen uns heute zeigen. Wir zeigen uns jetzt hier und dann gehen wir Base. Nein, 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 nein. Hier kommt, hier. Hallo. Und jetzt gehen wir Base und gehen top. Oh, ist das? Das machen wir. Fighten wir, fighten wir. Oh mein Gott. Okay, Kevin fighten wir gar nichts mehr. Wo die Bär? Wo die Bär? 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 Okay, da müssen wir jetzt rein. Wir hätten noch warten sollen. Nein, hier oben die. Die, 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 die. Drei Sekunden. Drei Sekunden hab ich hoch. Wie nehmen wir denn? Werd eh flash. Wir gehen hier nach unten. Die sind splittet. Hab ich. Ich dachte, das war ihm schon dann hoch. Das war der langsameste Kill-Execute, den ich jemals gesehen habe. Ich kann's mal Blue machen. Boah, blöd. Wir haben keine Pots mehr Komm, ruck mal den Enemy Red noch Oh, ich glaube, der geht zu deinem Red Buff gerade Vielleicht kann ich den abfacken Ich renne auch durch Okay, Tim, macht ihr den so schnell, bis ich da bin? Oder ist der noch nicht fertig? Äh, boah Kommt auch an, ob er smited Ich komme, ich komme, ich komme Ich hab mal Boots, ne? Danke, Jungs Der ist doch dran Oh, schon Wunderbar Dann ist hier Teamplay, ne? Habt ihr in Italien doch bestimmt kein Team? Ja, ihr Maschinen, Alter Ich bin doch keine Maschine Doch Du schon, Kutscher Ich schon, nach der Performance heute Auf Okay, Wind, Junge Ich hab keinen Q, ich hab keinen Q Warum hast du keinen Q? Hab ich doch den Nengrad benutzt Och Mann, ey Das wäre Gigaplay gewesen, Niko War schon schön War schon schön Ich hab W und E, ne? Ich bin hier Allzeit ready Okay Komme Sehr gut Drauf? Go Klar Kette sitzt Kette sitzt Oh Stark 1-3 Safe spielen hier Ab in die Base, ab in die Base Wir save, die werden wir jetzt mal richtig dick klassieren Das wird hier nicht so ein knappes Ding Dick klassieren Die treten nie wieder an Dick klassieren Geil, Kutscher, geil High five Der war absolut nicht Was? Der war nicht Okay Warum nicht? War der Hoffnung oder was? Wunderbar Scheiße war der Scheiße Äh, Kutscher Sorry, aber da platzt mir die Ader Der CP, ne? Wenn er Hilfe braucht, schreit Der Arsch bei sowas Da platzt mir mein Cock So, Kutscher Geht's mal mit dein Gänken Butz macht Ich hab ja den Schaden dafür Ich glaub, das gewinnen wir nicht, Kutscher Gewinnen wir nicht Okay, dann lass mal wieder Lass mal wieder Der Flash der Mordkaiser Nein, hat er nicht Da kann ich gleich kommen Ja, guck, bitte ist einfacher, oder? Ey, jetzt fangen die nicht da wieder an Ey, der Zellen kommt runter Ich hab das Animal Dive hier Komm, komm, komm Nee, warte mal Ich bin Als ob die das jetzt freezen Was hat das denn? Äh, Tarnow ist Mist Was hat das noch? Eine Q Jawoll Guck mal, der ist halt eine Der bestätigt, Rave Jawoll Guck wie kreativ das ist Weißt du, den mach ich immer Mein Mann Ich brauche xD Level zu Level 4, ey Wie im Leben machst du den? Wie im Leben machst du den? Ja, 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 ja Ja, ja, ja Ja, ja Ja, ja Ja, ja Ja, ja Ja Oh nö Wie, Bot? Komm bitte, Leute Ja, bitte Ich brauche erstmal Level 3 Hey Ich reset eben Ihr Süßis Kannst schon damage denn Oh, die freezen schon wieder Was ist das denn? Wir haben den Modus nicht ganz verstanden Der Lee ist bestimmt immer noch hier Ui, die haben aber auch Voli bedraven, ne? Ei, ei, ei Das ist aber ne gute Kombo Guck mal, der will mich baiten, der Junge Wobei, ne, die haben keinen zweiten Glace Shield, die haben nur noch einen Knight oben Ja, ist ziemlich ja toll Voli B ist kein Knight, ne? Ist die Joani nur, ne? Ne, ist ein Brawler Brawler Brawler, ei, ei, ei Ist du bereit, Johnny? Klar Wir machen schon keine Rexxer, sonst endet ein Brawler-Buff Scheint Fischen zu haben, wa? Können wir einen Top killen, Kevin? Ja, gar nicht Ich unterm Turret Ne? Sollen die da unten ruhig fließen Komm auf, bitte Und? Und ihr wer ist Richtung Bot gerade wieder? Da ist noch ein Pink Bot drin, ne? Da kann ich nicht wirklich rein gerade Wenn ich den Flash Q wehe Ist der tot? Ja, ja, 100% Ich bin da, ich bin da, ich bin da Der weiß nicht, dass ich da bin Komm auf, ich komm auf Habe ich den gemacht Da brauchst du nicht mehr flaschen Da war cooler aus Habe ich den auch richtig lecker weggemacht hier Kannst du mich bitte Hier, hier, hier? Ja klar Oh, shit Was hat er denn? Wie können wir noch? Weg hier Habe ich, habe ich, habe ich Alter, ist die, haben die irgendwie die Grenzen verändert? Ne, ne, das buggt, das buggt, das buggt Schön, Leute Der war später als sonst Achso Ja, ist generell alles buggt, ne? Ist ja auf Visual buggt und so Puh, ja, da gib mal bitte wieder Bot, ne? Ich brauch ein bisschen XP Nö Schade Einfach keine Lust Ich kann auch auf den Pink TP gehen Und dann nochmal mitgegangen Aber es sieht ja vielleicht Aber du vielleicht Können wir holen Klar Oh scheiße Die erste Kette, die ich misste, ist natürlich direkt zu einem Habe ich Kommen wir, kommen wir Da wird ja kein Mana mehr Ja Kommen wir Ja Kommen wir Kutcher Hast du gut? Ne, 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 warte, warte Komm Ich bin auch da Mach nichts, mach nichts, mach bitte nichts, ich habe ihn Okay Habe ich die Mini-Waves schon Warte, den hast du trotzdem Komm 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 Kette, komm Ich bin auf dem Weg, ich bin auf dem Weg Bin gleich da Oben Oben Ich habe keinen Mana mehr Mordakaiser holt raus Ei Ich kann mir ein bisschen Backup geben, aber so fit Ne, ich würde echt gerne Base, Jungs So fit bin ich nicht mehr Lass mal nichts riskieren jetzt gerade hier Die zwei Arten Die Diven nicht und ich bin da 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 Komplett bin der Draven dann kill kriegt Geh auf dem Mordak, auf dem Mordak, auf dem Mordak Ja ich habe halt ganz wenig Leben, ne Das wollte ich nur noch mal gesagt haben Ai Gott Jaja Wollte da eher so Als Backup gegen den Dive sein, nicht Reindiven Ja, Jesus Mach dich bereit Jaja Es ist ja mit einem Ola Spieler Jaja, das stimmt natürlich Oh shit Oh, was ist denn da ab? Ich weiß nicht, da muss irgendwie die Combo kommen. Was? Der Cashen? Ja, der hat auch keinen Unterschied gemacht. Oh, du hättest ein Q in deinem Talon an der Seite. Ich komme, ich komme, ich komme, ich komme. Nach oben, nach oben, nach oben, sehr gut. Dann sag das doch. Ich mag doch, ob du bereit bist. Ich komme. Wo ist denn der Talon? Da ist er. Komm mal. TP da rein. Pass auf, die Blades sind da. Ne, das war deine Blades. Habe ich, komm mal. Ja, zu mir, zu mir, zu mir. Oben sind, bei uns sind zwei. Pass hin zu mir, pass hin zu mir. Ich steh frei. Au. Au. Du hast die P nicht gesehen. Deine Lux. Molk hat das Ult, oder? Ist der gar kein Wokin. Ne, hat er nicht. Ja, dann ist er free. Ach so, du kannst ihn sowieso tanken mit Ult. Der hat kein Damage. Ah, der geht E-Base hier. Scheiße, Schisser. Ne, 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 ne. Den haben wir. Ja. Nevermind. Nevermind. Warte jetzt hier einfach. Ja, den Draven will ich nicht verhessen. Guck mal hier. Ja. Ne. Ah, den Outer-Attack musst du durch. Ja, sehr gut. Hilfe. Komme, komme. Ich bin Outer. Kutscha, hook ihn. Shit. Ah, der Draven, der ist leider recht fett, ne? Nix fett. Okay, Kutscha, ich bin da. Komm auch. Ist der Bock? Von ganz hinten komme ich. Wie wär ich da? Ja. Ja, weiß ich jetzt nicht. Schön. Klasse secured. Ich bin noch hier, ne? Ja, ja, ich will den auch. Oh, ich komme. Geht ab. Hey, Raymond, hast du noch was? Ja. Pflanze. Ah. Schönes Ding. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut. 8 Sekunden, 8 Sekunden. Hier den. Hier ist er noch. Hier, die Kette. Da kommt noch ein Mordekaiser. Alarm. Ich hab keinen Mana vor Rücken mehr. Und Junge. Alarm. Du bist da leider ganz auf dich allein gestellt jetzt. Danach auch? Ja. Ah, gut. Ah, fünf Vorsprungen, das ist immer noch in Ordnung, Jungs. Ich komme. Das ist fein. Ich komme. Kutscher, wollen wir da was machen? Die holen wir noch. Na klar. Die nehmen wir zuerst. Ah, komm mal hier. Timmy ist in Gefahr. Jetzt nicht zu crazy werden, ne? Die holen wir noch, die holen wir. Die sind zu fünft. Holen wir, holen wir. Da. Oh. So. Kutscher ist halt noch Level 5. Oh, das ist schon wieder... Ind ist das. Sag doch, wie es ist. Nein, ist drauf. Komm, ich komme. Spiele mal, spiele mal. Spiele mal. Oh. Jetzt töt den doch. Was ist das denn? Ich gebe hier wirklich alles, aber da kommt ja gar nichts. Oh nein. Ich fuhre erstmal Level 6. Oh, jo, jo, jo. Auch noch tot jetzt hier. Nee, bin ich nicht. Oh, was? Oh, das reicht auch nicht. Hab ich. Meint der, wir sind ein bisschen committed für den Voli, oder? Die sind so tanky. Wir machen irgendwie keinen Schaden, habe ich das Gefühl. Wir haben auch nicht so viel... Ja, gut. Wie, du gehst tank? Ja, natürlich. Ich dachte, ihr geht auf AP oder so. Nee, nee, nee. Okay, okay. Jetzt müssen wir auch wieder... Na klar macht das Sinn. Müssen wir über den CC kommen, ne? Früher AP. Ohhhh. Ui, den hast du, Kevin. Das ist ein Snack. Oh, die... Ah, da wird einfach mal die Ult aktiviert. Geht auch nochmal sicher. Guck mal hier. Snack, Snack. Snack at the deck. Das war ein Pinkword. Snack. Komme. 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 Oh shit, warum ist denn der so fast? War schon windig, ey, der hat der Typ. Ich toppe ein Turbplating, wenn ich da hinrenne. Wie lange hast du auf Hook? Sekunden. Alter, guck mal, wie schnell der Tatort ist. Alarm! Ja, hierhin, 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 hierhin. Ja, ja, gut, gut, gut. 3 gegen 3 genießen wir nicht. Gehen wir auch auf dem Weg. Die nehm ich mal ein bisschen weiter hoch, okay? Ja, wir haben so'n... Mach glatt, mach glatt. Wir haben einfach um Kevin rum. Lee-move-Bot. Ja? Ich dachte, du Schei. Dann sollen das hier alle Bot-moven. Wie los? Alles gut, alles gut. Vorsichtig, Tim! Er ist nicht gut. Ich sei weit gehuckt. Hier, hier gleich. Lee ist immer noch hier. Ach. Können wir doch für Lee? Wir haben ja Team Vision, ne? Ja. Ja, können wir, können wir. Der hat Ult, der Morde. Hier ist ein Talent. Vorsichtig, 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 vorsichtig. Ganz ruhig hier, mit bedacht. Bei Level 6, da ganz ruhig, bitte. Morde, ja, ja. War ein Talent. Wenn jetzt ein Hook kommt, ne, haben wir. Ah, hier ist ein Morde. Oh. Oh. Ja, die haben halt hier Vision, ne? Hier brauchen wir halt einen Pinko oder so. Oh, den Hooken weiß ich nicht. Der geht halt... Ich hab jetzt einen im Gepäck, Johnny. Hier vielleicht. Ah. Guck mal hier. Oh. Der hat halt jetzt keine Ult, du. Die sind halt alle geguckt, ne? Ich glaub, 5 gegen 5 wird hart. Ah, ne. Okay. Kann ich den haben? Ne, den will ich. Mann. Echt meiner. Ich mach gleich Hextech-Flash. Ja, ja. Ich bin ready. Hey. Wann macht er den Turret? Hallo. Oh, jetzt ist er in der Base? Oh. Einen haben wir auf jeden Fall. Da geht aber noch mehr. Ne, haben nichts mehr. Alles gut. Wer die da unten? Ja, der ist weg. Ja, 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 ja. Kein Kick. Mit deinem Prio scheißegal. Auf geht's. Schön. Boah. Komm mit, ich komm mit. AC, der hat keine Map-Brands. Oh, hier ist noch ein Talon. Ich komm, ich komm. Den kriegen wir doch nicht mal. Das ist Talon. Doch, doch. Pass auf, der jumpt jetzt. Dann jumpt er noch mal. Dann wird er erst mal gesilenced. Dann wird er hochgeworfen. Schön, Jungs. Stark. Oh, nein, ich hab sie geblockt. Haha. Fantastisch. Ach, nicht, dass der mich da noch chasen kann, ey. Aber vergesst du mal, dass der über die ... Hast du einen Morde? Ja, ja. Holen wir auch noch. Da, ist er. Blind Hook. Oh. Oh. Was? Jungs, ich hab ne Frage. What? Ahahaha. Hallo. Ahahaha. Wo, wo ist eigentlich Max? Find ich jetzt nicht witzig. Ist das ein Game-Mode von TFT? Oh, beste Frage. Ich hab TP. Ich kann hier rein TP und dann von hinten kommen. Oh, ich komm mit Kutcher. Oh, no. Oh, er ist Shield. Ah, überlebt. Überlebst du. Ein HP. Oh, ho, ho, ho. Sechs. Ne, du hattest ein HP. Ernsthaft? Ja. Was machst du denn da? Nicht töten. Warum tötest du dich selber? Weil ich mein Leben hasse. Bin da, doch nicht. Sechs Kids vorne, Jungs. Da, ne Tenen. Ich hab gleich die Pi. Da sind nur vier Kids vorne. Oh. Komm nicht ran. Oh nein. Hä? Das habt ihr noch. Der geht oben raus. Komm ich, komm ich, komm. Wo ist der Vodi? Der Vodi? 5, 4, 3. Ich geh für den Chase meines Lebens. Oh my god. Ah, mal Gerd. Was hast du da noch? Ja, der hat auch überwusst. Der steht genau da. Der Base ist. Wenn das jetzt stimmt, kriege ich einen Zehner. Schade. Der Scheiß hat nicht funktioniert. Hilfe. Oh, Olaf. Oh, fast mein eh wieder gehabt. Schade. Jetzt müssen wir mal wieder ein bisschen. Eine Solar-Gruppe. Drei Minuten, das schaffen die nicht. Weiß ich nicht so. Johnny geht jetzt schon mal sterben. Ah, ich hab mich doch dagegen entschieden. Leute, Leute, Leute. Puh. Achso. Die Kette geht also ein bisschen in die Base. Wollen wir hier? Komm. Oh, weiß ich nicht. Ich bin schon wieder müde, ey. Aua. Pff. Uh, da muss los. Hat er Morde? Na. Vorsichtig, gib ihm doch nicht so dieses Free-Dings. Er wartet da ab, um zu werden. Er wartet da ab, um zu werden. Er ist ein bisschen stark. Na, Moment. Wartet auf wenigstens auf den stärksten von uns. Ich hab CP. Ich hab 20 Sekunden. Oh, das war knapp. Oh. 20 Sekunden noch so meine Mordelezen. 20 Sekunden noch so meine Mordelezen. Ich hab so was von der Position gelesen. Ja, und jetzt. Der Lee, der Lee, der Lee. Der Lee, der Lee. Der Lee, der Lee. Der Lee, der Lee. Weiter, 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 weiter. Sehr gut. Guck mal, guck mal. Und ihr habt mich, ihr habt mich in Frage gestellt. Nein, das war einfach. 2 Millionen. Hier, hier. Ja, da, nee. Doch, ja. Der Draven, der Draven, der Draven. Der Draven, alle gegen Draven. Haben wir Flaschen ab? Ich hab so einen Morde-Kaiser hinten, ne? Jungs. Ich geh für Morde. Du hast kein Mana. Ja. Aber der wird sich exekuten lassen und ich mach dein Flash Ignite. There we go. Ah, sexy. Äh, Jungs? Ja, das ist gewonnen. Ähm, ich hab kein Mana. Kein. Ignite ihn. Ignite ihn doch einfach. Du hast ihn Ignite? Ja. Ja, aber ich würd das nicht wasten. Du hast ja Flash Ignite. So eine Minute vor Ende. Kevin kriegt den. Kommen wir auf die lange Flanke? Kommen wir auf die lange Flanke? Pass auf. Ach so, Tettel links. Wahrscheinlich. Ganz entspannt. Der ist da unten noch. Wir bilden unseren Jona. Haben wir, haben wir. Vier Sekunden, vier Sekunden. Kommen wir. Oh. Können wir das spielen? Ja, klar. Oh, hier ist ein Wohli-Bär. Ich bin jetzt auf 40% getroppt. Hier. Der Wohli. Ja, komm. Klasse Axt. Ich hab nix. Ich hab nix. Oh, wir haben einen Wikinger. Oh. 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 Easy game. Oh, die war schon schön, ey. Die war halt wirklich schön. Geil, Jungs. Geil. Elisa, es ist einfach. Wunderbar, Leute. Es war mir ein absolutes Fest. Es war echt schön, muss ich sagen. Das war heute. Das hat Spaß gemacht.